guten tag hier spricht euer peter gaming wie gesagt leute ein spieler wollte ich mir noch holen es war die leidner so zu sagen denn wollte ich mir einmal kaufen und dann will ich so zu der krieg mama 20 millionen fangen wir bei zehn millionen an dann schauen wir einfach ob lasio in zu uns bringen das gleich kommt weil es ein kind schlechter spieler leute so sagen das kann man sagen leute so jetzt können wir noch mal gescouten spiele aber er ist langsam gut er könnte vielleicht so ein bisschen nahe kommen leute so aber jetzt werden wir erst mal ein bisschen trainieren wie man das ist am herr ich wollte ich wollte okay damit man das training kurz muss startet alles alles ist das ist nervig Ja, ich wollte eigentlich alle spielen, das war halt so ein bisschen das Problem gerade. So, jetzt schauen wir mal, ob sie Leidner abgeben wollen. Ah, okay, oh, der Reparier will aufhören, okay. Okay, naja, es war, was... Hä, so, äh, okay. Hä? Blöde Frage, wann haben wir den Komor in die Raupen weggeschüttet? Hä? Hä, wann haben wir den Komor verkauft? Wann haben wir den Komor verkauft, das frage ich mich gerade. Das frage ich mich, wann wir den verkauft haben. Das habe ich mich gerade gewöhnen. Denn das habe ich mich mal gerade gewöhnen. Wann mal, Komor verkaufen, das bin ich jetzt nämlich gerade echt komisch. Das habe ich mich gerade gewöhnen. Das habe ich... Hä, das verstehe ich jetzt echt gerade nicht, was da gerade passiert. Was war das? Ich habe mich schon mal... Was... Hä? Hä? Wahrscheinlich habe ich einfach vergesse, King's Lake Hormone im Vantrag zu geben. Oh Mann. Oh Mann. Und Real Madrid holt ihn alle da schwer. Ach, nicht schlecht, aber naja. Frank Ribéry will nach dieser Saison aufhören. Ok King, ah, es war eigentlich fast klar, dass Robben und Ribéry wahrscheinlich bald aufhören werden. Es war eigentlich fast mir klar, dass sie nie mehr ewig spielen beim FC Bayern. Und heute habe ich mir gedacht, Leute, werden wir mal mit, mal ein neuer Spiel machen will. Da hat jetzt, kann sich jetzt mal, weil so zwar, ich habe gedacht, ah Mann, ein neuer kann nur heute mal ein Spiel haben. Weil ich voll verschwitzt habe, Donahuma reinzunehmen. Habe ich voll vergessen, Donahuma reinzunehmen. Habe alles mit dem Spielerkart und dann den wichtigsten Platz habe, wo Donahuma... ...kann, kann auch nur passieren, Leute. Ah, aber der Benko, der hat sich jetzt da, ah, wenn er so weiterspielt, dann... Wenn der Benko so weiterspielt, hat er eine Chance in die erweiterte Mannschaft reinzukommen. Wenn er so weiterspielt, oder Leute? Und es wäre natürlich nicht schlecht, wenn er es schaffen könnte, finde ich. Oh Mann, wieder, Alter, fast durchkomme, fast durchkomme wieder. Alter, was war denn das, mal neuer, Alter, Schwede? Alter, was war denn das? 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 Ah man, wieder zu lang gewartet immer diese Warterei. Vorsicht Bayern. Gegen Sport ist es ein bisschen schwerer, ein schwereres Spiel. Gegen Sport zu spielen ist heute schwerer hier in Brasilien Leute. Ah klein, klein war er in der 1. Saison, dann in der 2. Saison ist er ein bisschen untergangen fand ich. Und jetzt versucht er in der 2. Saison wieder hinzu. Aber Bayern spielt heute wirklich wieder mit dem Kuh. Ja, man merkt es ist halt nicht ein starker Gegner, aber man merkt gegen Sport ist ein schönes Spiel. Sport spielt mit. Und das ist immer gut, wenn man gegen ein Team spielt, das mitspielt Leute. Das macht dann am meisten Spaß, wenn das Team mitspielt. Alter Schwede. Und Sport macht das Tor kurz vor der 1. Halbzeit. Naja, das ist nicht so. Warum hat Pfeifen jetzt ab, Alter. Gibt Pfeiftel in fast eine gleiche Sekunde ab. Und Alder kurz vor Schluss macht vor der 1. Halbzeit macht Sport ein Tor, Alter. Leverpool führt. Oh Mann. Oh Mann. Oh Mann. Das ist richtig nervig. Wir brauchen mindestens einen Punkt irgendwie. Weil wir dann jetzt schwecken. Weil gegen Liverpool müssen wir ja dann auch. Oh Mann. Wir spielen ja gegen Liverpool Leute. Alter. Das wäre jetzt ein schönes Ausgleich dort gewesen. Aber Rashford macht hier. Rashford. Er ist jetzt alle. Rashford kommt langsam Leute. Rashford kommt. Ach, Lewandowski muss manchmal aufpassen bei Rashford. Bei Rashford. Lewandowski lass ich auch eine kleine Pause machen, bitte. Vielleicht. Ich weiß nicht, wie die anderen Spiele dann so abgehen. Wenn wir ja dann sozusagen ins Halbfinale und Finale vermutlich kommen. Weil Real Madrid war ja im ersten Spiel nicht so gut, kann ich mir glauben. nämlich da. Acha mit Rashford. Und da ist das Problem. Das ist das Problem der Rashford noch in Letten ist es. Und da ist das Problem. Also Banco. Aber, das ist das Problem. Da stehen etwa ein Gautin. Haben wir den Gautin länger ausgeliehen lassen? Haben wir den länger ausgeliehen lassen? Das frage ich mich jetzt immer. Das habe ich mich jetzt gewundert, ein bisschen. So Leute, jetzt werden wir noch einen Spieler wechseln, glaube ich. So, jetzt werden wir noch einen Spieler wechseln, Leute. Ah, schade zu Niko. Und Sulu ist ja der Kapitän jetzt. Niklas Sulu ist jetzt der Kapitän. So, den Leiter würde ich auch gerne noch ins Team mitnehmen. Vielleicht. So, den Leiter vielleicht noch. Dass man da auch noch ein Backup für, weil wir hätten ein paar gute Spiele. Aber ich wollte noch, irgendwie wollte ich noch den Leiter, weil ich fand einfach, weil manche das sind mit schlechter Spiele, Leute. Aber Benko, der, man merkt, Benko ist müde, aber ich lasse ihn noch auf dem Feld, Leute. Ich wollte noch diesmal, wollte ich immer noch nicht ganzer. Also, hätte ich lieber mit Müller gegangen, wäre ich lieber mit Müller gegangen. Aber so ein Punkt, nein, ein Dreier wäre halt nur was safer, finde ich, Leute. Um halt Real Madrid nicht zu kriegen, Leute. Wenn die dann, weil sie, weil Real Madrid nicht Real Madrid zu kriegen, wenn die dann. 2 zu, äh, 2 zu, äh. Mit 2 gegen Real Madrid Ein bisschen zu starr für eine schöne Torchance gewinnen Und der Wellbeck macht sein Tor, er kämpft durch Er ist durchgetankt Alter, wir führen, das ist wichtig Das ist jetzt richtig wichtig, dass wir sozusagen 6 Punkte haben, dass wir uns sicher fürs Halbfinale qualifizieren können Das ist jetzt wichtig Ah, alter Schweden Das war ein bisschen komisch, aber nur Abseits, ja, es war aber klar, Abseits, Leute Ach ja, war klar, bisschen Abseits, aber naja, macht nichts mehr Wir führen 2 gegen 1 Wir sind im Halbfinale dieses Turnier Ja, das ist jetzt wichtig, dass wir jetzt durchkommen, Leute Aber das ist jetzt so, Achtung Abseits, hat der Schiedsrichter lang gewartet Und jetzt wartet Alter E-Schrittmann, das hätten sie auch durchlaufen können, oder? Für Thomas Müller hätten sie auch laufen lassen können So, Bayern gewinnt das zweite Vorbereitungs-Turnier hier in Brasilien Die Fans jubeln, Alter, die Bayern holen sich ihr nächstes Dreier Somit sind sie so gut wie sicher im Halbfinale Ja Mal gucken, wie die anderen spielen, dann sind wir jetzt ganz sicher Liverpool gewinnt und Real Madrid gewinnt Oha, scheitengleichter Das ist nicht gut für Bayern, aber naja So, jetzt gucken wir nochmal die ganzen Scouting-Seite So, jetzt tun wir noch Vorspulen, wie immer noch kurz mal Aber Leute, ich würde sagen So, jetzt sagt bitte euer Peter Gaming Tschüss, bis dann und PG bis dem